Liebe Studierende, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Videoreihe zum Staatsorganisationsrecht. Heute geht es um die Normen-Hierarchie. Für die Fallbearbeitung ist sie von eminenter Bedeutung. Denn wenn Normen unterschiedliche Rangstufen haben, dann bildet die jeweils höherrangige Norm den Rechtmäßigkeit- bzw. Gültigkeitsmaßstab für Normen mit niedrigerem Rang. Dass die Verfassung über den Gesetzen steht, diese also verfassungsmäßig oder verfassungswidrig sein können, hat sich auch außerhalb der Rechtswissenschaft herumgesprochen. Aber darin erschöpft sich das hierarchische Prinzip auch nicht. Zum einen gibt es untergesetzliche Normen und, wie wir sehen werden, sogar Normen, die im Rang zwischen Verfassung und Gesetz stehen. Und zum anderen macht der Föderalismus die Dinge in Deutschland auch an dieser Stelle etwas komplizierter als in Einheitsstaaten. Es gibt nämlich nicht nur Hierarchien zwischen Normen unterschiedlicher Kategorien innerhalb des Rechts des Bundes oder des Rechts der Länder. Es gibt auch, prinzipiell zumindest, eine Hierarchie zwischen Bundes- und Landesrecht insgesamt. Welche Vorschrift des Grundgesetzes bringt diese Tatsache scheinbar zumindest auf den Punkt? Genau. Bundesrecht bricht Landesrecht. So steht dies in Artikel 31 Grundgesetz. Wahrscheinlich sind Sie diesem kürzesten aller Grundgesetzartikel bereits im Schulunterricht einmal begegnet. Aber begegnen Sie seiner Botschaft von jetzt an bitte mit Skepsis. Wie vielen allzu einfachen Botschaften. Denn die Wahrheit ist komplexer als die drei Worte verheißen. Mehr dazu im zweiten Teil dieses Videos. Ich möchte in den Blick, bevor wir später auf das Verhältnis von Bundes- und Landesrecht eingehen, zunächst der Normenhierarchie innerhalb des Bundesrechts zuwenden. Ein dafür gern verwendetes Bild ist das der Pyramide, weil sie eine schmale Spitze hat und sich nach unten verbreitert. In dieser Pyramide sind nun von oben nach unten die folgenden Normtypen angeordnet. Erstens das Verfassungsrecht und das heißt konkret das Grundgesetz. Denn wenn neues Verfassungsrecht nur durch Änderungen des Grundgesetzes geschaffen werden kann, wie Artikel 79 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz festhält, dann kann es außerhalb des Grundgesetzes kein Verfassungsrecht geben. Zweitens eine Stufe unter dem Grundgesetz stehen nicht etwa die einfachen Gesetze, wie Sie vielleicht erwarten würden, sondern die allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Sie gehen nämlich, wie Artikel 25 Satz 2 Grundgesetz sagt, den Gesetzen vor. Die herrschende Meinung deutet dies auch im Sinne eines übergesetzlichen Rangs dieser Regeln, ganz wie der Wortlaut es nahe legt. Was das Grundgesetz die allgemeinen Regeln des Völkerrechts nennt, ist das universelle Völkergewohnheitsrecht. Verwechseln Sie es bitte nicht mit den völkerrechtlichen Verträgen des Bundes, denn diese werden grundsätzlich durch einfaches Gesetz implementiert, Artikel 59 Absatz 2 Grundgesetz. Die Bedeutung der allgemeinen Regeln des Völkerrechts für die Fallklausur diesseits der Schwerpunktbereiche ist begrenzt und die Bedeutung des übergesetzlichen Rangs der allgemeinen Regeln noch geringer. Ich will auf diese Normenkategorie und Hierarchieebene daher hier nicht weiter eingehen und verweise auf mein Video zu den völkerrechtlichen Bezügen des Grundgesetzes. Den Link zu diesem Video blenden wir Ihnen oben ein. Die nächst niedrigere Ebene bilden die einfachen Gesetze. Zur Klarstellung, es geht um Parlamentsgesetze, also Gesetze im formellen Sinn. Viele Verfassungsrechtsklausuren sind darauf gerichtet, sie auf ihre Vereinbarkeit mit dem höherrangigen Grundgesetz zu prüfen. Im Rang unter den einfachen Gesetzen gibt es weitere Rechtsnormen, nämlich Satzungen und Rechtsverordnungen. Satzungen sind Normen, die von Selbstverwaltungsträgern erlassen werden. Sie haben ihren Haupteinwendungsbereich im Kommunalrecht, das zum Landesrecht gehört. Im Bundesrecht spielen sie unter anderem bei den berufsständischen Kammern eine Rolle, allerdings kaum in der Fallbearbeitung. Anders verhält es sich mit den Rechtsverordnungen, also Normen, die kraft gesetzlicher Ermächtigung von der Exekutive erlassen werden. Hierfür findet sich im Grundgesetz in Artikel 80 eine Grundlage. Nach Rechtsverordnungen und ihrer Vereinbarkeit mit dem ermächtigenden Gesetz, aber auch mit dem Grundgesetz selbst, kann eine Klausur durchaus fragen. Solche Klausuren sind auch im prozessualen Teil oft anspruchsvoll. Nun haben Sie möglicherweise zwei Fragen. Die erste Frage könnte lauten, wo im Grundgesetz ist diese Hierarchie der Normen eigentlich festgeschrieben. Umfassend ist die nirgendwo verankert. Sie ergibt sich aus der Zusammenschau von Einzelvorgaben und rechtslogischen Betrachtungen. Die strengen Anforderungen des Artikel 79 Grundgesetz an eine Änderung des Grundgesetzes ergeben wenig Sinn, wenn dieses keinen Vorrang gegenüber einfachen Gesetzen hätte. Aber dieser Vorrang der Verfassung, wie man ihn rechtsdogmatisch nennt, ist im Grundgesetz, wenn Sie genauer hinsehen, auch angeordnet. So steht in Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, dass die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden ist. Dies ist mit diesem sehr weiten Begriff etwas ungeschickt formuliert. Aber weil das Gesetz nicht sein eigener Geltungsmaßstab sein kann, kann nur gemeint sein, Gesetze müssen der Verfassung entsprechen. Andernfalls wären auch die Befugnisse des Bundesverfassungsgerichts, ein Gesetz auf seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz zu prüfen, nicht erklärbar. Insbesondere Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 und 4a sowie Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz beruhen also auf der Prämisse vom Vorrang der Verfassung. Für den Vorrang der allgemeinen Regeln des Völkerrechts vor Gesetzen und damit auch vor untergesetzlichen Normen habe ich schon auf Artikel 25 Satz 2 Grundgesetz verwiesen. Und dass Verordnungen mit Gesetzen im Einklang sein müssen, ergibt sich daraus, dass das Gesetz den Inhalt und die Reichweite der Ermächtigung nach Artikel 80 Grundgesetz bestimmt. Und für alle übrigen Rechtsakte, die keine Rechtsnormen darstellen, ordnet Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz die Bindung an Gesetz und Recht an. Dies ist der Sitz zweier fundamentaler Rechtsprinzipien, des Vorbehalts des Gesetzes und des Vorrangs des Gesetzes. Zur Normenhierarchie im engeren Sinne zählen sie aber nicht mehr, weil es hier um die Frage geht, in welchem Maße Einzelrechtsakte durch gesetzliche Vorschriften legitimiert sein müssen. Einzelrechtsakte sind konkret und individuell im Gegensatz zu Normen, die abstrakt und generell wirken. Eine zweite, auch im Grundgesetz nur indirekt beantwortete Frage ist, was aus dem Vorrang einer Norm folgt. Das Vorrangprinzip darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass die Rechtsetzung unbedingt auf der jeweils höherrangigen Ebene stattzufinden habe. Ermächtigungen sind vielmehr sinnvoll und gewollt, etwa die des Parlaments zur Gesetzgebung oder die der Regierungen zur Verordnungsgebung. Aber die niedrigere Norm darf der Höheren dann nicht widersprechen. Die Höhere setzt sich durch, wo dies dennoch geschieht und ein Konfliktfall eintritt. Dann gilt, lex superior derogat legi inferiori, falls Sie Dinge gern auf Lateinisch formulieren. Grundsätzlich ist dies als Geltungsvorrang aufzufassen. Die mit der höherrangigen Norm unvereinbare, niederrangige Norm ist nichtig. Allerdings kann diese Nichtigkeit nur von wenigen Instanzen festgestellt werden. Bei Gesetzen sogar nur durch das Bundesverfassungsgericht. Dieses kann unter Umständen aber auch nur feststellen, dass die niederrangige Norm lediglich mit dem Grundgesetz unvereinbar ist, um in Einzelfällen unerwünschte Folgen der Nichtigkeit zu vermeiden. Siehe etwa § 31 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Denn eine nichtige Norm existiert nicht mehr. Das Fehlen einer jeglichen gesetzlichen Regelung kann aber vor dem Grundgesetz unerträglich sein. So viel also zur Normen-Hierarchie im Bund. Nun wollen wir den Blick auf die Länder erweitern. Vorab und am Rande noch eine Bemerkung über die Normen-Hierarchie innerhalb der Länder. Was ich Ihnen über die Normen-Hierarchie unter dem Grundgesetz vermittelt habe, gilt grundsätzlich in gleicher Weise für die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern. Auch sie haben Verfassungen, die über den Gesetzen stehen. Und Rechtsverordnungen, die unter den Gesetzen stehen. Wie auch die kommunalen Satzungen. Die Grundlagen finden sich in den Verfassungen der Länder. Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts spielen im Landesrecht hingegen kaum eine Rolle. Nun aber zu den Problemen, die ich schon eingangs dieses Videos angerissen habe. Von der Frage, ob eine Norm innerhalb des Rechts einer Körperschaft, also Bund oder Land, mit deren höherrangigem Recht übereinstimmt zu unterscheiden, ist die Frage nicht nach der Hierarchie zwischen Bundes- und Landesrecht. Nehmen Sie zunächst noch einmal Artikel 31 Grundgesetz zur Hand. Bundesrecht bricht Landesrecht. Damit scheint gesagt, alles Bundesrecht, egal ob Grundgesetz, Gesetz oder Verordnung, steht über allem Landesrecht, egal ob Verfassung, Gesetz oder Verordnung. Und, starkes Wort, es bricht dieses Landesrecht. Scheint es also nichtig zu machen. Nun wissen Sie aber auch, dass die Länder Staaten sind und als solche Verfassungsautonomie und ausschließliche und konkurrierende Gesetzgebungsbefugnisse besitzen. Das alles nimmt dem Artikel 31 Grundgesetz ziemlich viel Wind aus den Segeln. Ich will dies anhand von drei, allesamt fiktiven, Fällen illustrieren. Der Bund regelt im Emissionsschutzgesetz Lärmgrenzen für Kindergärten und Kindertagesstätten. Der Freistaat Bayern regelt sie anschließend ebenfalls, aber mit anderen Grenzwerten. Bricht Bundesrecht hier Landesrecht? Zur Antwort führt Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 Grundgesetz. Eine Bundeskompetenz für den Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm gibt es nicht, wie sich aus dem Klammerzusatz ergibt. Zur Gesetzgebung sind nach dem Grundsatz des Artikel 70 Absatz 1 Halbsatz 1 Grundgesetz ausschließlich die Länder befugt. Ein Bundesgesetz, das kompetenzwidrig und damit verfassungswidrig wäre, kann Landesrecht aber niemals brechen. Nun lassen Sie uns den Fall abwandeln. Der Bund regelt im Emissionsschutzgesetz Grenzen für Industrielärm. Der Freistaat Bayern erlässt danach eine eigene Regelung mit anderem Inhalt. Kommt wenigstens jetzt Artikel 31 Grundgesetz zur Anwendung? Auch hier benötigen Sie Artikel 31 Grundgesetz nicht, auch wenn im Schrifttum vereinzelt darauf rekurriert wird. Denn der Kompetenzkonflikt wird bereits durch Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz gelöst. Wir befinden uns im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung, weil es um nicht verhaltensbezogenen Lärm geht. Solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat, und das hat er getan, sind die Länder nicht mehr gesetzgebungsbefugt. Die Nichtigkeit des Landesgesetzes ergibt sich also bereits aus Artikel 72 Absatz 1 und nicht erst aus Artikel 31 Grundgesetz. Ein letzter, besonders fiktiver Fall. Ein anderer Freistaat, nämlich Sachsen, schreibt in der Verfassung fest, dass das Landesoberhaupt künftig, wie bis 1918, dem Geschlecht der Vertiner entstammen und durch Erbfolge bestimmt werden sollte. Entfaltet Artikel 31 Grundgesetz wenigstens hier Wirkung? Auch diesen Konflikt löst das Grundgesetz anders. Artikel 28 Absatz 1 Sätze 1 und 2 Grundgesetz enthalten Vorgaben für die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern. Sie müssen in ihrer Staatsstruktur und in ihren Staatsgrundlagen dem Grundgesetz entsprechen. Der Föderalismus ist natürlich ausgenommen. Man spricht von Homogenitätsprinzip. Gegen Artikel 28 Absatz 1 Grundgesetz verstößt Sachsen, weil seine Verfassung sich vom Republikprinzip abwendet und weil ein Teil der Staatsgewalt nicht mehr demokratisch legitimiert ist. Artikel 31 Grundgesetz taugt als Gültigkeitsmaßstab nicht, weil das Grundgesetz jenseits von Artikel 28 Grundgesetz den Ländern kaum Vorgaben für die Gestaltung ihrer staatlichen Ordnung macht. Für Artikel 31 bleibt damit nach herrschender Auffassung, gewiss, Sie werden auch abweichende Ansichten finden, nach herrschender Auffassung nur ein sehr schmaler Anwendungsbereich. Artikel 31 Grundgesetz kann zur Anwendung kommen, wo das Landesrecht, insbesondere Landesverfassungen, dem Bundesrecht, vor allem Vorgaben des Grundgesetzes widerspricht und wo es sich nicht um eine Materie der Gesetzgebung handelt. Praktisch bedeutsamer als Artikel 31 Grundgesetz selbst ist eine Sondervorschrift zu dieser Norm, Artikel 142 Grundgesetz. Trotz des eng formulierten Wortlauts bleiben in Kraft erfasst Artikel 142 Grundgesetz auch neue Grundrechtsverbürgungen im Landesverfassungsrecht. Sie bleiben oder treten in Kraft, wenn sie, so der Normtext, in Übereinstimmung mit Artikel 1 bis 18 Grundgesetz Grundrechte gewährleisten. In Übereinstimmung wiederum heißt, kein Widerspruch zum Grundgesetz, also niemals weniger als das Grundgesetz, mehr ist gegebenenfalls aber zulässig. Daraus ergibt sich für Artikel 142 Grundgesetz, wie auch für Artikel 31 Grundgesetz selbst, wenn Landesrecht dem Grundgesetz und Bundesrecht in dem Sinne widerspricht, dass es seinen Geltungsbefehl einschränkt, wird es gebrochen. Aber nur dann. Und auch gebrochen bedeutet keineswegs stets Nichtigkeit des Landesrechts. Für die Kollision von Bundesrecht mit Landesverfassungsrecht nimmt das Bundesverfassungsgericht aus Respekt vor der Verfassungsautonomie der Länder an, dass die Regelungen der Landesverfassung bestehen bleiben und nur in dem konkreten Fall durch das Bundesrecht in der Anwendung verdrängt werden. Für die Kollision von Bundesrecht mit sonstigem Landesrecht hat das Bundesverfassungsgericht die Rechtsfolge offengelassen. Ich fasse zusammen. Auch zwischen Bundes- und Landesrecht besteht eine Normenhierarchie, die allerdings diffuser ausfällt als innerhalb des Bundes- oder des Landesrechts. Sie wird begrenzt durch die Eigenstaatlichkeit und Verfassungsautonomie der Länder. Ein Vorrang des Bundesrechts kann nur bestehen, wo Bund und Länder gleichermaßen zur Regelung eines Gegenstandes befugt sind oder wo nur der Bund regeln darf. Als Kollisionsnormen können insbesondere Artikel 72 Absatz 1, Artikel 28 Absatz 1 und an letzter Stelle Artikel 31 Grundgesetz zur Anwendung kommen. Letztere vor allem in der speziellen Ausprägen des Artikel 142 Grundgesetz. Nachdem wir uns mit Normenhierarchien auseinandergesetzt haben, will ich zum Abschluss des Videos mit Ihnen noch einen kurzen Blick auf weitere Vorrangregeln werfen. Ich möchte sie nicht gern als Kollisionsvorschriften bezeichnen, schon weil sie die Gültigkeit der betroffenen Normen unberührt lassen. Die Regeln bestimmen vielmehr, welche von mehreren Normen zum gleichen Gegenstand maßgeblich anzuwenden ist. Wissen Sie, von welchen Regeln ich spreche? Es geht um den Vorrang der Lex Posterior und der Lex Specialis. Lex Posterior derogat legi priori. Das spätere Gesetz verdrängt in seinem Normbefehl das ältere, wo Ihre Aussagen zueinander im Widerspruch stehen. Und Lex Specialis derogat legi generali. Das spezielle Gesetz geht im Allgemeinen vor. Bitte sprechen Sie nicht vom Spezielleren-Gesetz, auch wenn dies leider oft so zu lesen ist. Speziell lässt sich nicht steigern, weswegen es auf Lateinisch Specialis und eben nicht Specialior heißt. Der Vorrang des Speziellen-Gesetzes äußert sich auch nicht schlechthin als Ausschaltung des Allgemeinen. So wird das Demokratieprinzip nicht verdrängt durch Regeln, die es ausgestalten, wie zum Beispiel Artikel 38 Grundgesetz zum Wahlrecht im Bund. Als spezielle Regelungen blockieren Sie lediglich den Rekurs auf das allgemein formulierte Prinzip und bilden somit, wo sie anwendbar sind, in der Regel den alleinigen Prüfungsmaßstab. Bei Verzerrungen beim Erfolgswert von Stimmen ist also auf eine Verletzung von Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz und nicht eine solche des Demokratieprinzips zu befinden. Auch wenn sich hier die ideale Basis für alles findet. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wünsche Ihnen weiter viel Erfolg im Studium. – Weiß Sie, bitte ganz gut, ja! – Wer nicht so mit dem Era instrumentation. – Amen! – garz.